Ja, hi Leute, ich hießen wir bei World of Warcraft Kataklysm Ähm, ja Guck mal, hier ist Mutterkind, ne Aber ich wollte mal mit euch einfach nur einen neuen Charakter erstellen Also ich spiel das nicht wirklich, das ist jetzt auch nur die Testversion, also ich spiel das nicht, das ist Also ich brauch mich dann auch nicht irgendwann zu fragen, hier, wie ist hier dein Name und so, ne, egal Ja, wie, ne, und so, nehm mich an und so, kack Also ich werd das jetzt auch nicht mehr kaufen oder so, bestimmt nicht Weil so toll ist das Spiel dann auch wieder nicht, ähm So, ja, erstellen wir einen neuen Charakter Ich bin schon mal gespannt, ähm, ja, was sollen wir denn machen? Ähm, mua, ja Ja, oh yeah, das ist immer sexy, ja, boom Damn, it's a sexy bitch Ja, richtig geil Äh, Alter, gib mir Kaffee Alter, äh, ich steh dich voll ab, ey Alter, wie sieht denn die aus, ey Wir sind so auf die Fresse geflogen, ne Ach, egal Nee, oder was ist denn das jetzt überhaupt? Untoten, nee, ey, das sieht so aus, ne Was ist denn, Ork? Ich geh zu weit vom Bildschirm weg, ich seh das nicht so wirklich Oh, okay, ja Boah, da brauch ich mal so ewig zum Laden, Mensch What the fuck? Oh Gott Mensch, Zwerg, ayo, so ein schwuler Zwerg, der jedem Arsch kriecht Nee, ich mach mir Nachtelf, yeah Los Nachtelf Los, erstelle dich Gott, alles ist da, aus der Droge geholt, ey Uh, uh, uh Wenn man da auch noch, Gnome, ayo, Gnome, ayo Kann sich von, oh, ich sitz so weit weg, ich kann es nicht lesen Oh Gott Yeah Style Das hat Style Ohne Scheiß Priesterin, ja, so Gay Priester Warte, ich mach mal so, so, äh, so, äh, Nachtelf Fürst, nee Ein Zwergenfürst, genau Was, nee Was Ein Paladin Fett mit Hammer, yeah Style Nee, Kriegerin, ayo, klar Hammerhart Schamanin Sexy, hau rin Nicht Hautfarbe, ja Klar Er braucht ja Ach, komm, geh weg Ja, aber haben wir hier noch Äh, Nachtelf, de, 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 arschkriecher Gnome Ähm Äh, de, worgen, wat Benötigt, äh, Kataklysm Hä Brauch ich da die Vollversion, oder wat Was ist das für ein Arsch, ist das Ein Troll Wat geht mit dem, ich will ein Troll Nee, will ich nicht Was ist denn dat für ein Ding Nix Tauren Tauren Nee Ja, fetter Troll, ey Bläh, 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 bläh Ich will aber auch nicht Alter, das sieht auch aus, als hätte er was gekifft, ey Die wachsen höher nach, kann man nicht ranzoomen, nee, kann man nicht Alter, wie, äh, was hat denn der für ein Körper, boy Ne, ich muss ein bisschen bückel Ich bin halt der Opa Komm, die, was sind die, was der Junge, wat haben, hocken die jeden Tag vorm Computer, oder wat ist los? Ne Ja, Gesichtsfarbe, da hätten wir noch den Hallo Egal, Frisur Ja, da hätten wir den, äh, den Irokesen-Schnitt für Oax Oh Gott, komm, geh fat Alter Alter, Fettstyle, nee, nicht, aber Du Blutelf Haio Ne, Nachtelf, ja Boah, wat machen wir dann, machen wir einen kleinen dicken Zwerg Jo, nee, geht nicht dick, scheiße Ähm Ja, steil, ey, was hab ich denn da überhaupt Priesteil, jo Oh Oh, wir nennen ihn, äh Oh Oh, Moment, ich muss, ich lieg grad Irgendwie auf dem Betten, auf meiner Couch und dann hinten, mein Fernseher könnt ihr als Bildschirm benutzen und trotzdem, ist zu klein Nein, der ist nur zwei Zentimeter groß und hat nur vier Pixel, deswegen, kann ich das nicht so gut lesen, weil das sind Gehe Gehe Fürst Hä? Was schreibe ich da? Yeah, der Gay Fürst Geil Welt betreten Der Gay Fürst geht jetzt alle weg Ne, der geht jetzt erstmal Alter, der Opa Brillen Habe ich ihm gesagt, ich spiele nicht. Stimmt, ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe gerade keine Lust. Ich wollte, ich habe auch gerade keine, ich habe einfach nur langeweile. Ich sollte lieber Sims 3 oder sowas aufnehmen. Das ist eigentlich nur so ein Special eigentlich. Jetzt, wo ich drei Abonnenten habe, muss das ja mal sein. Ich will jetzt play gerade mal ein paar Tage. Nur mal so nebenbei. Also, wenn ihr das Video irgendwann so in 50 Jahren, wo ich 50.000 Abonnenten habe, nicht. Was geht? Ja, da werdet ihr das dann sehen. Was geht denn ab? Hallo? Ja, ich, das kenne ich nicht. Wenn ihr die abbrechen möchtet, ne, habe ich noch nicht gesehen, aber Ton ist auch aus, das ist scheiße. Yeah, hier, Kriegsgeräte. Ah, das ist ja hier das Tal hier. Da habe ich das letzte Mal auch angefangen, ist ja logisch. Yeah, komm, ja, abbrechen, kommst mir jetzt. Wohin? Das ist das letzte Mal gar nicht gekommen, das Video. Bring ihn um. Äh, stirb? Wie? Nur zuerst mit dem Typen reden? Die Steuerung davon ist ja auch so, gamesloch, ne? Ja, red mit dem. Hallo? Äh, ja, abbrechen, was? Ne. Ach, egal. La, 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 la. Substyle und das Geld. Ich habe all das, was... Ah, ich greife den an. Eins? Was? Yeah, 40 Erfahrungspunkte. Yeah, bin ich gut, nicht? Ja, ich sollte mal lieber eigentlich Let's Play. Sims, also Sims 3 würde er Let's Playen oder oder sowas in der Art. Aber nicht hier irgendwie, ähm... Ja, mach's mal. Ja, aber nicht hier irgendwie... Hallo? Gott, ist der Scheiße, der Priester. Ja. Oder halt Crazy Machines oder sowas, aber ich... Ah, die kann hier noch looten, stimmt. Ähm... Ja. Ähm, das war's eigentlich dann auch schon hier. Äh, ja. Ja, ich verstehe jetzt auch Gott gar nicht, warum ich die loote. Ja, auf jeden Fall... Ich werde jetzt, ähm... Ich weiß auch nicht, ich will irgendwie immer neue Let's Plays anfangen, aber das werde ich lassen. Ich werde jetzt erstmal, ähm, die Sims, ich weiß nicht bis zu... Wie viel Part... Part... Wie viel Part ich da rausbringen werde, aber... Oh ja, mal schauen, wie das Spiel Spaß macht. Also so viele Parts werden es nicht sein. Äh, da ich auch keine Extras installiert habe und so Zeugs. Aber... Ja. Mal schauen. Was macht denn der Idiote? Achso, okay. Wünsch auch mal. Ähm, ja. Na, okay. Was gibt's noch so sagen? Ja. Äh... Äh... Massive School. Falls ihr nicht kennt, unbedingt abonnieren, ja. Das ist cool. Ähm, ich meine... Let's Play ja auch Dragon Ball Z. Boodooca 3 muss cool sein. Ähm, ein bisschen Werbung machen hier auf dem Kanal. Wo sich eh keiner die Videos anschaut. Aber egal. Ähm... Was gibt's noch, also... Äh... Wissen ist ja... Im Moment hab ich eben ja auch eine Folge aufgenommen. Ist gerade am Hochladen, glaub ich. Und... Äh, was weiß ich, mach mal irgendwas anderes. Läuft dann den letzten Weg. Ja, ist jetzt am Hochladen. Wissen. Die 13. Folge, glaub ich. Und... Ja. Wird geiles. Geh ich jetzt rein? Am... Bo... 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 Wissen. Ja. Ah, cool. Ja, aber ich werde jetzt, ähm... Du 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 du... Ja, ich werde halt, ähm... ich weiß die ganze Zeit nicht was ich sagen soll äh will ich weiß schon was ich sagen soll aber ich weiß ich oh Gott ähm ich kusse vergiss es ja wir sind jetzt halt gerade die 13. Folge am hochladen was ist denn das hier und ja da kommt jetzt auch noch die 14. die hab ich auch noch aufgenommen die kommt auch noch heute raus und ja die Videos kommen halt noch raus dann nehme ich nichts mehr auf eigentlich denke ich mal obwohl ich ja eigentlich mal wirklich nochmal äh äh Sims 3 aufnehmen müsste oder äh Crazy Machines äh ja ja so äh Specials so Specials oh Gott so Specials wird es auch nicht allzu häufig geben da ich ja ähm eigentlich ja so jetzt ähm ja nicht wüsste was ich da machen sollte das ist eigentlich nur Zufall weil ein Kollege von mir wollte eigentlich dass ich ähm hier spiele aber habe ich keinen Bock drauf macht einfach kein Spaß ich bin doch nicht der Typ hier der jetzt ähm Items Shop sich für ähm 200 Euro Sachen kauft oder so ich weiß nicht ob es Items Shop hier gibt aber es reicht schon dass das Spiel äh was kostet ähm also die Vollversion und ja ja ich würde ich würde einfach Hasen oh wie süß hallo ich will da runterspringen ich will da runterspringen jetzt ah springen die Joggeil die überlebt das sehr lustig ja ähm okay ja wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt äh für irgendwelche guten Spiele ich äh gehe bald zur Konfirmation äh wollte ich nur sagen aber ich habe ja gar keine Abonnenten ja ja wenn sich irgendein Idiot nicht Idiot aber wenn sich irgendjemand ähm das Video hier anschaut bitte abonniert mich oder wenn er oder brauche ich gar nicht zu abonnieren aber irgendein gutes Spiel irgendein Tipp geben was ich jetzt playen könnte und dann werde ich mir gucken vielleicht jetzt äh vielleicht bestelle ich mir das dann und ja ja äh guck mal äh was ne hier ähm wie da waren Spieler ein anderer wo sind jetzt hin ja da ist er oder ja d d wie heißt der ist das ein i oder ein l ich weiß es nicht iopel pet iopet oder lopet ja äh willkommen du bist im Let's Play drin toll ne nicht geil ne freust dich jetzt ne ist auch ein Zwerg ist ja geil ist sehr cool das ist aber eine Dunkelhilfe oder sowas ne ne kann ja nicht ist ja ein Zwerg aber egal ja okay ich äh ja wollte mich mal ein bisschen ausplaudern ist wahrscheinlich saulangweilig gewesen für euch für mit wem rede ich eigentlich schaut sich doch eh keine die Video-Sonde und ich sollte aufhören mich selbst zu wissen ja ich werde mir zugleich äh Let's Play von Masi verziehen äh ein bisschen noch Fleischwerbung machen für ihn und ja der gibt mir dafür Geld nicht der kennt mich gar nicht okay ähm